Musik 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 Auf den Schädigern des Sieges Auf den Schädigern des Sieges Auf den Schädigern des Sieges Es ist nur sein, heute singen wir keine Lieder Es ist nur sein, heute singen wir keine Lieder Deutschland ist fest, stieß das então, Deutschland sei Vadarsch. Deutschland sei uns in der Welt. Deutschland sei das jetzt, Deutschland sei das jetzt. Deutschland sei das jetzt, Deutschland sei das jetzt, Heute müssen wir eine Niederlage erklären, war ja nicht so schön anzusehen und das Ergebnis war auch nicht so toll. Wie kam das? Die Niederlage schmerzt heute, da wir uns heute ordentlich absetzen hätten können. Aber ja, wir haben die ersten zehn Minuten gut angefangen und kriegen dann durch so einen Sonntagsschuss das 1-0 und danach war bei uns so ein kleiner Bruch im Spiel bis zur Halbzeit. Haben wir dann wenig nach vorne machen können, haben uns keine Chancen mehr herausgespielt. Und in der zweiten Halbzeit hat es die Mannschaft versucht, aber wir waren halt ein Stück weit zu ideenlos auch vor dem Tor und uns fehlte das nötige Glück. Immer wieder waren Beine dazwischen von Mäusewitz. Aber kann man das erklären? Wir hatten einen guten Lauf, würde ich mal sagen. Selbstbewusstsein hätte ja da sein müssen. Wie kann man das erklären, dass es dann so einen gebrauchten Tag gibt, wo fast gar nichts zu klappen scheint? Ja, das ist ja normal im Fußball, dass das nicht jeder Tag wieder andere ist. Und wir hatten auch letzte Woche auch nicht unbedingt unseren besten Tag und haben das Ding aber 1-0 gewonnen. So ist das halt im Fußball, du kannst nicht jeden Tag 100 Prozent abrufen. Es gibt auch mal Tage, da gelingt dir nicht viel. Und so ein Tag war heute. Mäusewitz war heute unheimlich effizient. Die haben aus ihren Zwei-Tor-Chancen in der ersten Halbzeit auch zwei Tore geschossen. Und somit gehen die auch hier als verdienter Sieger vom Platz. Jetzt geht es im Pokal nach Allenburg. Ist auch nicht der griffigste Gegner, sag ich mal. Wie wird dann die Mannschaft eingestellt in der kommenden Woche? Ja, was uns in Allenburg erwartet, das wissen wir ja. Es ist eine gute Truppe. Die haben letztes Jahr mit einem Aufstieg gespielt, sind dieses Jahr auch wieder oben mit dabei. Und ja, ich gehe davon aus, dass die Mannschaft dann auch ein anderes Gesicht zeigt und es sich dann auch belohnt wieder. Da hoffen wir mal alle zusammen. Danke. Es war so ein bisschen ein gebrauchter Tag, oder? Ja, wir haben viel probiert. Wir hatten viel Ballbesitz, aber so richtig liegt uns das nicht mit dem Ballbesitz. Und ja, dann kam auch noch so ein Sonntagsschuss dazu, so ein Flatterball. Ja, da liegst du halt 1-0 hinten und dann bist du halt noch mehr im Zugzwang. Und dann kurz vor der Halbzeit ist es 2-0. Ich will nicht sagen, das war der Genickschlag, aber naja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen in der zweiten Halbzeit rauszukommen und das Ding nochmal zu drehen. Aber wir hatten 5-10 Minuten, da hätte der Anschlusstreffer fallen müssen, ist nicht gefallen und so ist es dann ein bisschen vor sich her geplätschert, das Spiel. Aber insgesamt von draußen sah es schon so aus, als fällt uns heute nicht ganz so viel ein nach vorne, oder? Ne, wir hatten heute nicht so viele Räume wie in den letzten Spielen. Möselwitz hat es kompakt gemacht, hat eigentlich das, was wir die letzten Spiele gemacht haben, haben die heute gemacht, haben aus wenigen Chancen halt, haben sie getroffen. Ja, und dann verlierst du halt. Jetzt haben wir Eilenburg vor der Brust, das wird auch nicht so der bequemste Gegner. Ne. Und wie werdet ihr euch da vorbereiten? Ja, genauso wie vor dem Ligaspiel. Eilenburg ist sehr unbequem, viele quirlige Spieler spielen guten Fußball. Wir haben ja die letzten Jahre erlebt, dass es da immer heiße Duelle gibt. Aber wir wollen ins Finale? Zumindest möchte ich erstmal eine Runde weiterkommen. Gut. Ich auch. Warum sah das heute so extrem anders aus als nicht letzte Woche, aber die Woche zuvor? Ja, nur die erste Halbzeit. Die war definitiv überhaupt nicht gut. Da haben wir einfach gewisse Situationen verschlafen und waren auch nicht gellig genug. Wir haben uns einfach, haben die Bälle zu einfach her geschenkt. Ja, und dann schießt Mäusewitz zwei Tore. Ich glaube, die wissen selber nicht, wie sie zu den Toren gekommen sind. Ja, im Nachhinein so ein Schuss. Ich weiß gar nicht, wie viele Metern. 25, 30 Meter. Und dann kommt die eine Flanke, die wir auch hätten verteidigen können. Aber da haben wir auch geschlafen. Ja, so gehen sie 2-0 in Führung. In der Halbzeit haben wir uns eine Menge vorgenommen. Das hat man auch bemerkt. Ja, und dann hat natürlich Mäusewitz mit Mann und Maus verteidigt. Sich in jeden Schuss bei uns reingeschmissen. Und wenn da wenigstens noch mal so ein Ding da reingeht, dann hast du einen Anschlusstreffer. Und da ist was zu holen. Im Nachhinein haben wir den Anschlusstreffer nicht gemacht. Und ja, Mäusewitz gewinnt 2-0. Jetzt auf die Gefahr hin, dass du mich ausschimpfst. Aber nach vorne waren ein paar Fernschüsse zu sehen, die alle insgesamt ein bisschen ungenau waren. Aber so dieses mal von den Flügeln durchspähen, das haben wir heute doch vermisst. Von außen jedenfalls. Na gut, jetzt ist es jetzt auch relativ wurscht. Ich meine, es wird jetzt immer ein paar Kritiker geben. Ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut oder das ist blöd und das ist blöd. So ist nun mal Fußball. Und wir lassen uns da auch nicht reinreden oder alles madig reden. Ich meine, jeder, der hier ist und der für Chemie ist, weiß ganz genau, um was es hier geht. Und das ist selber, dass es nicht gut war, das wissen wir selber. Ja, da braucht man nicht noch unnötig jetzt noch, keine Ahnung, jetzt, dass jemand sagt, ja, das ist ein Blöd und das war nicht gut. Ja, das wissen wir selber. Das werden wir analysieren. Da werden wir auch hart dran arbeiten. Und es werden noch bessere Spiele kommen. Und ja, dann sind dann wieder die Kritiker, die dann sagen, ja, das war blöd, das war scheiße. Dann sind das die ersten, die ihnen auf die Schulter klopfen. So ist Fußball und damit leben wir. Ja, Heinzi, das war ein gebrauchter Tag, oder? Definitiv. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Ich glaube, wir hätten heute noch, keine Ahnung, wie viele Minuten, Stunden spielen können. Ich glaube, wir hätten kein Tor gemacht. Ja, irgendwie ist uns nicht so das Priggeln da eingefallen nach vorne. Warum auch immer. Woran das jetzt lag, ist es schwer, so kurz nach dem Spiel zu sagen. Mäusewitz schießt, glaube ich, zweimal gefühlt aufs Tor. Ja, und wir rennen an, ja, hauen die Bälle nach vorne bei dem zweiten Ballgewinn. Ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, ab und zu. Aber ja, dann wird halt jeder Schuss dann geblockt. Ja, sollte halt irgendwie nicht sein. Gibt so Tage. Nun ist es für den Außenstehenden immer schwer zu verstehen. Guten Lauf gehabt, gute Resultate gemacht. Da kommt man da eigentlich mit so einer breiten Brust raus. Und dann ist es da eigentlich nur eine Formsache. Für uns jedenfalls als Fans. Dass es nicht so ist, wissen wir. Aber wie kommt so ein Bruch dann zustande, dass man dann so auftritt? Ist der Gegner so stark gewesen? So stark würde ich definitiv nicht sagen. Ich habe sicherlich stärkere Mannschaften schon hier gesehen. Ja, wie gesagt, wenn man die erste Halbzeit sieht, da hat irgendwie der letzte Biss, die Stimmung gefehlt. Dann natürlich ein Sonntagsschuss. Kann man auch so machen, sag ich mal. Ja, und dann kommt halt irgendwie das eine zum anderen. Dann sind Bälle versprungen. Dann, ja, wie gesagt, die Torabschüsse geblockt. Es kommt so eine negative Aktion zu noch zu einer, noch zu einer. Na ja, und da geht die Brust ein Stück nach unten, was natürlich nicht soll. Aber man ist halt nur ein Mensch. Ja, und wenn das halt bei mehreren Spielern dann der Fall ist, dann kommt halt so eine erste Halbzeit zustande. Dass wir wollten, hat man glaube ich zweite Halbzeit gesehen. Also man kann uns eigentlich zweite Halbzeit gar nichts vorwerfen. Aber wie gesagt, es gibt so Tage, wo man einfach das Tor nicht trifft. Und das war heute auf jeden Fall so einer. Jetzt geht es nach Allenburg. Das wird auch nicht so ganz bequem. Wie macht ihr euch da heiß drauf oder fit? Ja, ich glaube, da braucht man sich nicht heiß drauf machen. Weil wenn man sieht, welche oder wer danach wartet. Ein vermeintlich kleiner Gegner. Aber wir wollen erst mal gegen Allenburg bestehen. Allenburg war immer unbequem. Jahr für Jahr. Und deswegen heißt es dort volle Konzentration. Ja, und jeder sollte sich bewusst sein, dass das ein hartes, hartes Stück Arbeit wird.